Yo wow 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 wow! Wir sind wieder beim Let's Play mit Mr. Cody Yo ich bin auch dabei W.: Genau Helios Und ja jetzt müsste ich mich mal erinnern ..... Wo wir auch das letzte mal hier gewesen sind Also ich bin da durchgejampt hier auf der над tricks Jetzt bin ich da jetzt muss ich weiter Jetzt such ich mir den Weg der Weg scheint einfach zu sein Einfach zu sein Ich muss aber erst wissen wo ich hin will überhaupt Da, guck mal dahinten. Da leuchtet das Licht hin. Kann ich denn schießen? Nein, kann ich nicht. Das war wieder der Idiotentest. Der Idiotentest? Guck doch mal bitte um, bitte. Bitte um, guck mal Cody regt dich schon wieder auf. Ich gucke mich um. Ich gucke mich um. Aha, guck mal hier. Nein, nein. Kein Licht, das kann nicht. Mach mal so 360. Was siehst du so? Wenn du dich schneidest und dir aufhält, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wenn du nach dem nächsten, für die Dauer das nächste Test fliechen wir auf. Also wir waren stehen geblieben, du warst da drüben. Ich erinnere ihn noch mal, ich kenne Spiele eben auswendig. Da drüben, ja genau, jetzt wo du da stehst, da ist so ein Aufzugsschacht. Und unten am Aufzugsschacht kannst du auch ein Portal machen und dann dich sozusagen mit der Geschwindigkeit rausportalen lassen. Und wir wollen zu dieser Pumpstation, wenn du dich nach rechts wirst, genau, da wollen wir hin. Wie fliegen wir denn am besten hin zu dieser Alphatür? Ach ja, okay. Ja, guter Hinweis. Indem du einfach da oben auf der Schräge, nein, genau, da an der Schräge eine Portalfläche machst. Oben, oben. Ich helfe ihm jetzt nur mal so für den Anfang für die Session. Nein, oh mein Junge, guck doch da oben rechts auf der Schräge. Oben rechts. Links. Links. Nicht so doll. Hier, links, links, da. Da oben, ja genau, jetzt gehen wir ein bisschen hoch. Genau da, links. Siehst du nicht die Portalfläche über der Tür? Diese hier? Ja. Ach so. Wenn du da rauskommst mit Geschwindigkeit, dann landest du genau bei der Alphatür. So, genug geholfen. Ach so, genug geholfen. Aber jetzt brauche ich erstmal ein... etwas, wohin ich reiten kann. Ja, das da unten ist ein Aufzug. Erinnerst du dich? Nicht da durchgehen. Nicht durchlaufen. Ja, da ist schon ruhig dich da oben. Und ich habe dir schon verraten, dass es unten am Ende vom Aufzugschacht ist... Nein. Wehe, du drückst da drinnen und Knopf, ey. Ich spring nicht um. Lauf doch mal runter und spring runter. Nicht da durch. Wenn du da durch... Nein. Ich wüsste sowas. Helios? Ja? Ja, lauf doch da runter. Ja, runter oder was? Ja. Okay. Du kannst ja nicht durch die Platte durchspringen. Du kannst ja nicht durch die Platte durchspringen. Du kannst aber nur hier durchspringen, wenn du hier guckst. Weil nein, ich... Ah, hier. Jetzt hat das gerafft. Hier hab ich's gesehen. Aha. Siehst du? Merkst du was? Jetzt merke ich's. Wie gesagt, ich habe nicht mehr Erinnerungen gehabt, dass... Ja, ich habe mir jetzt nochmal so auf die Sprünge geholfen. Auf die Sprünge geholfen. Stichwort Sprünge. Ja, wir springen nochmal rüber, ne? Wow. Wenn das 3D wäre. Was 3D? Wenn das 3D wäre. Ja, wir sehen das hier. Wir haben hier übelst die geile 3D-Technik am Start. Ja, Mann. Das könnt ihr leider nicht sehen, gell? Ich hab mir außerdem mal im Urlaub die ganzen Kommentare von den Entwicklern reingezogen. Mhm. Ja, und die haben sich übelst umgeguckt und Haufen Arbeit betrieben. Ganz ehrlich, um rauszufinden, wie sie das alles machen. Ich kann. Und ich glaube, die würden sich übelst an den Kopf fassen, wenn sie sehen, wie er sich hier rumplagt. Wie der Helos hier rumplagt. Guck mal, ich kann sogar Schalter betwegen. Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Das ist die Pumpstation Alpha angemacht. Okay. Ach du... Ah, haha. Ja, ich nicht. Ja, haha. Jetzt ist sie offen. Ich glaube, wir waren noch gar nicht bei den Gehlen, ne? Wo waren wir noch nicht? Ja, dann ist gut. Mach mal weiter. Ich lauf einfach mal. Mach einfach mal, wie du denkst. Ja, wie ich so denke. Geh einfach mal weiter. Ja. Ne, also du weißt schon, wir sind die Story, also... Ähm... Ich sag schon, der Witli, der hat uns den Abgrund geschmissen. Und die Kartoffel namens, äh... GLaDOS auch. Die arme Kartoffel. Oh. Und so, ich sag, hab ich irgendwas angeschalten, ne? Du hast die Pump angeschalten, genau. Geh das Geh jetzt in die Richtung, wo es hin zeigt, ne? Aha, fließt da hoch. Ja, genau. Und wir sind tief runtergestürzt und wenn man sich da draußen geguckt hat, nach oben geguckt hat, hat man so die Testkammern sich so nach oben stapeln sehen. Also wir wollen im Grunde wieder unser Ziel ist, wieder nach oben zu kommen. Okay. Guck mal. Ich glaub ich kann eigentlich... Hab... Schau mal was da ist. Aber... Immerhin, ne? Zack. Da bin ich. Oh, guck mal, es geht weiter. Voll durch. Safety first. Warte mal, was hast du den Text gelesen da? Together we can make 19 bla bla bla. 56, the lowest unexpected casualty anon ever. Ja. Okay. Also, immer das steht dem Geld dann hinterher, oder was? Geld flogen? Das ist voll auf dem Geld. Ich verrate doch nix hier. Musst du selber rausfinden. Ich lach dann, weil du auf die Fresse gehst oder irgendwie falsch läufst. Geh! Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bald, Batsche. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Nur Mandeltonen. Ja. Darf ich da durchlaufen? Ich lauf einfach mal durch. Das ist so die alte Version vom Emanzipationsgrill. Ja. Sieht halt nur ein bisschen fertiger aus als... Okay. Als sie ist. Ja, ich weiß nicht. Also, bei den Kommentaren hieße, dass sie erst, ähm, eine andere Art von Emanzipationsgrill hatten, nämlich wie im alten Portal, im Portal 1. Mhm. Und da haben sie Tests durchgeführt und viele Leute haben sich dann halt nicht durchgetraut. Ja. Oh, jetzt gehen die Lichter an. Jo. Du guckst es dir natürlich nicht an. Wow, das war hin. Okay, fangen wir an. Oh, guck mal hier haben wir eine Karte. Guck dir die Karte an. Okay. Äh, you are here. Ja, also jedes so'n Ding ist so'ne Testkamera. Naja. Okay, das heißt... Oh, oh, oh. Ich muss alle durchlaufen. Es kann dauern, sagen wir mal so, ne? Es kann dauern, ja. Also, wenn Helios spielt, dann dauert das wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger, aber okay. Aber ist ja cool. Ja. Macht Spaß. Richtig. Ist lustig. Genau. Los geht's. Jetzt... Okay, das ist die tolle blaue Farbe. Darf ich testen? Ich glaube, das ist so'n Gummizeug, oder? Ich hoffe, dass es keine Farbe ist, weil sonst würden wir zur Kontrollgruppe gehören, ne? Haha. Ja. Geil. Rückstoßgel. Ist richtig toll gemacht, ne? Okay. Ja. Das war sehr... Das war sehr schön. Das war mal wieder so'ne Logik. Ja. Aha. Ja. Okay. Die Punkte, die sind immer noch da. Das ist immer noch ganz clever gemacht. Dann sieht man, was passiert, wenn man drauf drückt. Muss halt mal nur den Punkt voll. Ah, genau. Ah, ne Tür geht auf. Und ich habe keine hinten Gegenstände, oder? 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 Ja. Das war wirklich wieder so'n ganz clever. Hm. Ah, guck mal, da ist noch ein Knopf. Jaaaa. Dann springen rüber. Holen wir. Sachen gibt's. Oh nein. Bitte. Erklärt ihm einer in den Kommentaren, was Rückstoßgel bedeutet. Rückstoßgel? Achso. Okay. Das bedeutet Rückstoßgel. Aha. Ja, und es wird alles gerückstoßt. Okay, dann kann ich sie einfach ganz normal holen. Auf Würfel. Wenn ich jetzt ein paar Mal drauf springe, werde ich immer wieder gerückstoßt, so wie ich gerückstoß werde. Ja. Ich verletze mich, ich habe ja keinen Fallschaden. Ja, du hast ja immer noch deine coolen Stiefel. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute das da auch hatten, so coole Stiefel, die das 1900 sonst noch gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall coole Stiefel. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Aha. Und hier der Boss. Und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Genau. Der ist mal gut drauf hier, der Kerl. Ja. Weißt du, der ist mir viel sympathischer als GLaDOS und Bitly. Ja. Macht einen nicht fertig, sondern motiviert so richtig. Achso, das mit dem Fertigmachen, das kommt noch. Kommt es noch? Ja. Aber viel sympathischer. Und liest dir mal die Schilder durch, was da so steht da links hier. Next Test Chamber, this way. This way, okay. Ja, da weißt du auch, wo es lang geht, ne? Genau. Jetzt weiß ich auch, wo es lang geht, aber das ist kein Gel da unten. Das ist komisches Wasser. Ja, das ist dieses von der Version. Aber jetzt folg mal bitte. Ja. Ja. Also guck mal, da hinten ist etwas. Da könnte man was hinschießen. Ja, das ist gut. Und jetzt hat er schon wieder vergessen, was da war, ne? Das ist traurig, Helios. Ich muss weinen. Du musst weinen. Ich kann ja auch zurücklaufen, oder? Was passiert, wenn ich durch den Grill laufe? Ja, was ist passiert? Oh, die Portale sind weg. Ja, aber ich kann ja nicht mal durchlaufen. Guck mal, ich mein, die Tür ist abgeschlossen. Ja, aber du bist im Grill drin und schon ist das Portal weg. Ja. Ja, also so als Erkenntnis so, dass in den Grill reinlaufen keinen Sinn macht. Das macht schon eher. So, wenn wir nicht ertreten. Ja. Genau, da wollten wir ja auch hin. Ja. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinge werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Unglaublich. Wahnsinn. Du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleibunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt weg. Ja. Okay, okay. Ja. Ich sag nichts. Das ist alles nicht einfach und das ist total sinnlos. Das ist total sinnlos, sagst du. Guck mal, da oben muss ich raus. Ja. Genau. Du guckst da am, am, am. Du guckst lieber durchs Portal als... Ich guck durchs Portal, durchs Spiegel. Aha, guck mal, hier ist auch irgendwas Tolles. Da passiert nichts. Da steht ein Eins drauf, genau. Da steht ein Eins drauf. Und da ist ein tolles Teil. Richtig, mit zwei Portalflächen. Mit zwei Portalflächen. Da ist eine Portalfläche. Ja. Und... Ja, da ist kein... Und da kann ich auch natürlich hinlaufen. Ganz logisch. Tja. Genau. Ups. Sorry. Ja, das war echt. Bin reingehupft. Noch ein Klug. Nur so ein kleiner Trick. Wenn du Shift drückst, dann springst du nicht. Wenn ich was Shift drücke? Shift, ja. Dann spring ich die ganze Zeit. Nein, dann triffst du auf zu springen. Oder was, Steuerung? Bei Shift ist nichts passiert, oder? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja. Das wäre natürlich der Super-GAU. Helios drückt Shift und die Aufnahme bleibt stehen. Und an, wie ist es gelaufen, ne? Oh, das... Jetzt hab ich grad auf den Timer geguckt. Das musst du jetzt nochmal machen. Haha, nein. Oh, okay, weiter geht's. Guck mal, da hinten ist ein toller Knopf. Da kann ich auch ein paar Teile drauf setzen. Ja. Das war ja jetzt schon fast zu einfach, Helios. Jetzt ist diese Fläche... Was machen wir bloß mit dieser Fläche? Tja, ich will da rüberspringen, ne? Ja, dann los. Aufi, aufi! Auf geht's, ins Gefecht. Juhuuu, ins blaue Gel hinein. Jetzt wird's bloß nicht. Guck mal, schon bin ich zum Test Chamber 2, oder? Ne. Das ist einfach nur Teil 2 vom Test. Ja. Hey, das wird bestimmt geil. Jetzt haben wir ne Neuerung. Bisher hatten wir immer nur blaues Gel an... Am Boden. Jetzt haben wir auch blaues Gel an den Wänden. Ui. Ja. Oh, hast du echt gut gemacht! Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Er fällt ins einzigste Loch, was so da ist, ne? Ja, Vorführeffekt halt. Das ist klar. Und du hast doch gar nicht gesehen, dass da was an den Wänden war. Ja, da war blaues Gel. Ja. Das hab ich gesehen. Ich wollte an die Beine springen. Ja, dann. Ach du. Geil wir das auch? Ich muss gar nicht die Haustür zugewegen. Ne, das. Mach dir das automatisch. Cool. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt gibts ne schlaue Art zurück und ne dumme Art zurück. Mal gucken welche hier ihr es nimmt. Im Grunde ist es egal, jetzt hat er nämlich sowieso schon viel zu lange nachgedacht. Guck mal. Was ich getan habe. Ja. Ich habe irgendetwas betätigt. Und zwar das da oben. Wo du wahrscheinlich auch hinkommen kannst, ne? Ja, da komme ich auch irgendwie hin. Ja, dann. Da kann ich rüberjumpen. Indem ich auf eine Fläche jumpe. Ja. Die irgendwo ist. Ich weiß, ist sie da ausgegangen. Ja. Hat man das gehört? Diesen Facepalm. Warum? Yeah, yeah, yeah. Guck mal. Ja. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Also aufpassen, ne? Wer hat gut drauf aufpassen. Du wirst nicht davon spritzen lassen. Es mag nämlich die Menschenknochen. Nom 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Ja. Bis jetzt ist es ja noch ziemlich einfach für Helios, ne? Es ist nur ein Gel. Der Rest ist so mit den Portalen gleich geblieben. Der Rest ist eigentlich einfacher geworden, weil... Ich meine... Der Rest gar nicht mehr da ist. Ja. Keine Lichtdrücken mehr. Keine Tür mit ihr enttöten. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder ein bisschen kaputt. Das gehört dann nicht zum Tisch. Das kommt vom Asbest. Oh, der tolle Asbest. Das hat er jetzt nicht gehört. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Ja, ich hör den Timer ab. Ich hör den tollen Witz zu. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Guck mal, der hat sich sogar bedankt bei mir. Ja. Also... Das war ein Let's Play mit Mr. Cody. Jo. Und Helios. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.